Ich habe einen Kiefer gemacht. Noch drei. Der hat so lange gebraucht bis er reingeht. Aber wieder drei. Na. Da kann man ja immer das Parao geben. Ja, A. Ein Vierer schon mal. Auf wie viel ist da einer drin? Oh, ein Euro. Komm schon, ich drehe den schon so lange, den Automaten hier. Wie viel hat er gemacht? Auf 1,03 Euro. Auf 1,03 Euro. Ja, er hat verlängert. Auf 1,03 Euro. 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 Ja, wieder 4er. Na ja, brauche mich realum. Ein Fünder muss doch drin sein. Und, Und, ja, wieder 3. So, jetzt ist irgendwas korrektes, komm, so viele Freispiele ich schon gehabt heute. Ey, wieder J. Es kommt einfach die ganze Zeit J. Ach komm, schon mehr als 3 einmal. Jawohl, verlängert. Ey komm, wenigstens einmal 4. Guck mal, 4 Pfarrer aus. Yes, Vollbild. Ja. Mega, endlich. Das waren aber auch echt die, keine Ahnung, 20. Vierer nochmal, 20. Freispiele. Und noch ein Vierer. Und noch ein Vierer. Verlängert noch mal. Ja so weit. Das ist alles gut. Wenn er ein Vollbild hat, kann es doch nicht gewesen sein. Nur korrekte Freispiele. Untertitelung des ZDF, 2020